Herzlich willkommen beim Onkel Kramer Podcast. Es geht heute um 20 Pizza-Automaten, die spurlos verschwunden sind. Mehr dazu nach dem Intro. Ab geht's! Erstmal danke fürs Einschalten. Herzlich willkommen hier auf meinem Onkel Kramer Podcast. Es geht um Automaten und zwar um Pizza-Automaten. Wie einige wissen, ich hatte ja selber auch schon mal so ein Gerät testweise. Normalerweise nicht von der Marke, die sich jetzt hier gerade in Deutschland etabliert, sondern von einer anderen Marke, die eher die Verkaufsrechte verkauft und nicht die Pizza-Automaten. Die Pizza-Automaten, die in Deutschland stehen, die kommen übrigens von der Firma Apitec, sind relativ solide, vernünftige Maschinen, die ordentlich laufen und eine gute Programmierung und gute Software haben, sowie ein gutes HHCCP-Konzept, das wichtig ist, wenn es um die Sachen beim Gesundheitsamt geht. Und ja, hier im Bereich Ostfriesland, Emsland und Saaterland stehen die Kisten auch. Die stehen in ganz Deutschland übrigens oder ganz Europa mittlerweile und hier standen insgesamt 20 Stück. Ostfriesland, Emsland, Saaterland, das ist hier so die Region, wo ich auch wohne. Und alle 20 Geräte sind auf einmal über Nacht verschwunden. Da denkt manch einer vielleicht, sind die vielleicht schon in einem anderen Land kaum gestohlen, schon in Polen, heißt ein altes Sprichwort. Ich glaube, das darf man heutzutage nicht mehr sagen, das ist dann nicht mehr politisch korrekt. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, über die BK Group, beziehungsweise über Flavin 5, wurden diese Geräte aufgestellt. Und ich glaube, da hat man sich hier vor Ort einen Betreiber gesucht, der die Dinger dann befüllt und sich darum kümmert und auch die Technik halt mitmacht, weil so ein Pizza-Automat ist nicht so easy zu handeln wie ein Snack-Automaten, denn der bedarf etwas mehr Pflege, etwas mehr Aufwand. Ihr müsst die Kartons falten, ja, ihr müsst gucken wegen Ablaufdaten und so weiter. Das läuft in so einem Automaten übrigens ziemlich automatisch. Ihr kriegt sofort raus, welche Pizzas abgelaufen sind. Ihr macht die Tür auf und hinten ploppen die Pizzas raus, die halt, wie gesagt, weg müssen. Und das ist halt das Gute an diesen Pizza-Automaten von diesen Franzosen, der die halt vertreibt. Und die funktionieren halt einfach. Es gibt genug Geräte auf dem Markt, die nicht funktionieren. Das ist einer der wenigen Geräte in Sachen Pizza, die auf jeden Fall funktionieren. So, und warum der Grund? Warum sind die auf einmal alle weg? Also ich sage mal so, ein Pizza-Automat, der von diesen Franzosen halt kommt, von der Firma Apitec, die haben halt einen stolzen Preis. Die liegen bei ungefähr 70 K, müsst ihr rechnen. Und dementsprechend müsst ihr auch einen hohen Stromverbrauch rechnen. Ihr habt immer so eine Vorhaltetemperatur, die in so einem Automaten halt gehalten wird. Und ihr müsst natürlich auch gucken, ihr müsst den Standplatz bezahlen und so weiter. Und habt halt sehr viel Aufwand auch, weil die auch mal eine Störung mehr haben, als ein Snack-Automat oder eine Kaffeemaschine vielleicht. Und dementsprechend braucht man dann auch einen guten Standort und ein gutes Marketing, damit auch genug Leute immer daran einkaufen gehen. Normalerweise sagt man so, ja, mindestens 20 Stück am Tag, 20 Pizzen. Eine Pizza kostet 10 Euro brutto im Verkauf. Und e.k. sind die günstiger. Ich glaube 2,50. Ihr müsst aber auch den Standort, den Strom und alles müsst ihr zusammenrechnen. Und demnach muss man auch schon 10 Euro für so eine Pizza haben. So. Nun ist natürlich nicht jeder bereit für eine TK-Pizza oder so eine hochwertige TK-Pizza, die da drin auftaut und aufgebacken wird, 10 Euro auszugeben. Ich kriege ja für 8 Euro auch hier eine Pizzeria, eine Pizza. Klar. Man muss aber auch da wieder sagen, dass die Kunden an Automaten bereit sind, mehr Geld auszugeben als in einer Pizzeria. Und das liegt einfach daran, du musst mit keinem reden. Es ist 24-7 verfügbar. Und ja, nun muss man aber sagen, dass diese 20 Geräte so ziemlich die beschissensten Standorte hier in der Region hatten. Ich habe mir selber angeguckt und habe mir gefragt, wie funktioniert das? Das kann noch gar nicht laufen. Und wenn da nur drei Pizzas am Tag rausgehen, ja, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist einfach nichts. Das ist, ja, Mumpitz sagt man. Und dementsprechend braucht ihr natürlich Standorte, die vernünftig sind. Ich habe schon einige Standorte von Flavin 5 gesehen, die wirklich bescheiden sind. Automannraststätten. Die Leute kommen, haben wenig Zeit. Die wollen nicht noch ihr Essen bestellen und 10 Minuten warten, sondern am besten das sofort fertig haben auf dem Teller, McDonalds, Burger King und so weiter und weiterfahren. Also die Standorte, da waren einfach mal bescheiden. Perfekte Standorte. Was sind denn perfekte Standorte für solche Automaten überhaupt? Ich denke mal, Krankenhäuser. Größere Automatenstationen auf jeden Fall. An einem Park oder so. Ich kenne jemanden oder wir haben Kunden, Bütchenliebe heißt der, der bekommt jetzt auch so ein Gerät. Und das ist natürlich der ideale Standort. Also dass diese 20 Pizza-Automaten übrigens verschwunden sind, das hat nichts mit der wirtschaftlichen Lage der Firma Flavin 5 zu tun, sondern macht eher von daher Sinn, dass die Firma sich sagt, okay, wir haben hier einen Fehler gemacht. Wir sind natürlich mit einem Automaten mobil und nicht immobil. Und das nutzen wir auch, das mobile. Und dementsprechend suchen wir uns halt Standorte, die besser sind. Man hätte vielleicht vorher ein bisschen besser gucken sollen, vielleicht sich auch ein bisschen mehr mit anderen Operatoren unterhalten können. Dann hätte man schon einiges ausschließen können. Und wie gesagt, meine Einschätzung, man braucht einfach den richtigen Standort für den Automaten. Und ja, jetzt kommen auch wieder die Fragen nach Pommes-Automat und Burger-Automat. Es gibt aktuell keinen gut funktionierenden Pommes-Automat. Das ist alles nur irgendwas, was mit Fett ist, was nicht mal auf der Messe, wo man es angucken kann, vernünftig läuft. Und ich erwarte einen Pommes-Automat, der mit Heißluft läuft, der einfach ist. Oben Pommes rein, TK-Abteilung, in der Schnecke werden die dann in den Heißluftkorb befördert und von dort aus dann erhitzt und dann an den Kunden ausgegeben. Nichts mit Fett, was brennen kann oder was man wechseln muss oder was anfängt zu stinken. Denn bei einem Gerät ist das sicherlich nur lustig, aber überlegt euch mal, ihr habt mehrere Geräte. Genauso ist es bei den Pizza-Automaten auch. So ein Pizza-Automat, den sollte man nicht unterschätzen. Und wie schon erwähnt von Arpitek, das ist der einzig ernstzunehmende in meinen Augen, den es auf dem Markt gibt, auch wenn mich die Firma nicht sonderlich mag, weil ich regelmäßig darüber berichte und halt meine Meinung dazu sage. Aber es sind halt, wie gesagt, die Geräte, die eigentlich funktionieren und die gewisse Technik haben und auch für Sicherheit sorgen. Die Software ist top, also das ist wirklich mega. Und die Arbeit aber, wie gesagt, ist nicht zu unterschätzen. Ihr habt einmal den technischen Teil, ihr müsst das Ding warten, sauber machen, Fehler beheben. Ihr könnt ja nicht jedes Mal einen Techniker kommen lassen. Das frisst ja euren Gewinn wieder auf, also müsst ihr euch selber so ein bisschen damit auseinandersetzen. Es ist sehr viel Technik da drinne. Und dementsprechend sollte man sich einfach mal, ja, wenn man so ein Gerät sich anschafft, erst mal fragen, bin ich so der Technik-Guru oder lass es lieber sein. Wenn du nicht mal eine Glühbirne tauschen kannst, dann solltest du dir erst recht keinen Pizza-Automaten holen. Du musst ein Lager haben für die Pizzas, ein TK-Lager, ein kleines Kühlhaus vielleicht. Du brauchst einen Ort, wo du die Kartons lagerst und das sind viele Kartons. Du musst die Kartons falten. Du musst die Pizzas regelmäßig bestellen, die müssen angeliefert werden können, per LKW kommen die. Also du musst auch einen Ort haben, wo der LKW hin kann, nicht irgendwo in der Siedlung oder sowas. Und dementsprechend, ja, ihr müsst die Pizza auch, die ganzen, ich sag mal, die ganzen allergene Kennzeichen am Automaten. Ihr müsst gucken, dass ihr die Temperatur einhaltet, dass, wie gesagt, keiner zu Schaden kommt. Und dementsprechend muss man sagen, ja, die Pizzas in den Automaten, die sind halt teuer, aber der Preis, ja, den muss man auch bald nehmen. Und vielleicht müsste eine Pizzeria auch mehr Geld nehmen, muss ich mal ganz ehrlich sagen, weil wie viel Mühe, wie viel Arbeit steckt da drin? Ich kann es nicht zu hundertprozentig beurteilen, aber ich finde, in einer Pizzeria sind die Dinge einfach noch zu günstig. Auch wenn manche sagen, oh, ist das teuer, ne? Stellt euch selber mal hin, kauft die Zutaten und guckt, was dabei hinterher übrig bleibt. Ich glaube, da geht es einfach nur um die Masse. Und deswegen möchte ich einfach mal zum Fazit kommen, zum Pizza-Automaten. Erstmal finde ich es sehr schade, dass die 20 Geräte hier wegkommen. Das ist natürlich ein großer finanzieller Schaden, die Dinger werden angeliefert per Spedition, da muss ein Techniker das Ganze aufbauen und so weiter. Das kostet alles Zeit und Geld. Da ist eine Menge Geld bei Flöten gegangen, das war ein teures Learning für die Firma. Und ich bin mir aber sicher, dass die in Zukunft da genauer hinschauen und sich mehr Zeit für die Standorte lassen. Denn genau wie bei den Snack-Automaten ist auch beim Pizza-Automaten das Schwierigste immer der Standort. Und ihr müsst ja nicht nur 230 Volt bekommen, sondern ihr braucht Starkstrom für so ein Gerät. Und ihr müsst halt viel mehr Anforderungen erfüllen als für einen normalen Snack-Automat, wo vielleicht der Keller als Lager reichen würde. Dann braucht ihr da schon vielleicht ein Abteil im Industriegebiet, wo ihr eure Dinger unterbringt. Und dementsprechend ist das nicht immer ganz so einfach. An sich finde ich Pizza-Automaten, wie gesagt, eine mega geile Sache. Überleg dir mal, wenn ich eine Pizzeria jetzt hätte und Pizza machen würde. Ich würde genug Teig machen, dass ich für die schlechten Tageszeiten halt diesen Teig vorbereite, also fertige Pizzas vorbereite und in den Automaten reinpacke. Das ist auch viel günstiger als TK-Sachen einzukaufen. Also könnt ihr eure Ladenöffnungszeit an der Pizzeria verlängern. Ihr könnt mehrere Standorte für eure Pizzeria öffnen, ohne dass ihr großartig Ladengeschäfte anmieten könnt. Also ein Pizza-Automaten macht richtig viel Sinn. Entweder du hast einen Urlaubshotspot oder du hast eine eigene Pizzeria, dass du sagen kannst, okay, ich kann es vielleicht noch preisgünstiger oder qualitativ besser. Die Leute, die meine Pizzeria kennen, die wären vielleicht eher noch bereit, in so einem Automaten zu kaufen als, ich sag mal woanders, eine TK-Pizza und so weiter. Also das ist wie gesagt eine Sache, die kann nicht jeder, die macht nicht jeder und nicht jeder Standort geht. Aber ansonsten finde ich diesen Pizza-Automaten mega cool. Den Pizza-Automaten, den ich übrigens da betreut hatte, der kam von der Firma Let's Pizza. Da gab es halt ein Problem. Einmal die Toppings waren nicht verfügbar. Die Firma, die die Toppings herstellt, die hat keinen EG-Stempel. Die Hygiene war fragwürdig, die Technik war Katastrophe. Es gab keine neuen Geräte, es wurden immer nur alte wieder refurbished. Und auf mich wirkte es so, als wenn jemand die Verkaufsrechte von diesen Pizza-Automaten weiterverkaufen will. Das ist wie gesagt meine Meinung, aber das ist, ich habe schon einige kommen und gehen sehen in diesem Bereich, die da halt versucht haben Fuß zu fassen und die hatten letztendlich alle dieselben Probleme. Es kam eine Maschine zum Vorführen und danach war Schluss. Topping, Lieferung, Katastrophe, Kühlkette nicht eingehalten und so weiter. Obwohl diese Let's Pizza Maschine vom Event her knetet, halt den Teig und so weiter, mega cool ist. Aber mehr leider auch nicht. Das war es von mir zu den 20 verschwundenen Pizza-Automaten. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wo diese wieder auftauchen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dann, euer Onkel Kramer. Ciao.